ja halli halli lieben wir sind hier in world of warcraft und wir sind hier unfassbarer weise in geistet und jetzt kataklissen ja sind aber trotzdem noch bei unserem botk quests und die machen wir auch natürlich weiter wir sind dadurch aber jetzt in der version 440 und hat sich ein bisschen was verändert auch hier an meinen leisten ich habe es jetzt probiert irgendwie ein bisschen zu ordnen mdw haben wir jetzt hier scheinbar nicht mehr ich habe hier auch schon im zauberbuch geguckt ist auch nicht mehr da hier könnten wir revitalisieren lernen so hilft uns jetzt aber auch nicht ja genau haben jetzt hier auch ein bisschen skill punkte mäßig was anderes hatte ich jetzt nach dem guide entsprechend das gilt so und wir nehmen jetzt trotzdem gleich die quest hier in den sturm gipfeln in nord in beider khalisi an mit der quest den täter ausschnüffeln werden wir konfrontiert schwingt euch auf frostbeißer und folgt der fährte von brands notiz bis zu ihrem ausgangspunkt beschafft anschließend brands kommunikator und stellt mit seiner hilfe kontakt mit brand bronze wort her 20 gold 63 wir nehmen die quest an schwingen uns hier rauf ach so jetzt geht's los äsenswerger folgen uns naja dann macht man so langsamer mitten netz es wird man lustig fest aber da kommt wieder hin ja hier sehen wir auch von rund und sonne ja es ist jetzt ein bisschen anders der droiden spielstil glaube ich der gleiche wichts droide haben sie einiges geändert ob ich persönlich jetzt gut finde naja ich hätte mir eigentlich wünscht classic dass wir tlk classic bleibt und dass sie gerne kataklysm classic raus bringen aber dann so wie damals zu classic zu pc war nämlich dass wir uns entsprechend aussuchen können so und das fährten leser to lean und dann probieren wir uns mal aus hier was bedeutet denn jetzt ach so dann können wir hier zorn dann mal wirken und dann ist gut ok verstehe ich so wir haben jetzt auf jeden fall die quest abgeschlossen ja tut mir leid der kappen gleichgewichtstrüden in der version auch noch nicht gespielt überrascht mich dann halt auch alles ein bisschen so wir sind jetzt hier bei der absturz stelle grommasch oder soll mal wieder hin wir waren da ja nicht waren jetzt bei der höhle na wo ist unser festgeber hier ist neuer festgeber muss denn hier bran bronze bat der ist jetzt nicht da ach so haha brand kommunikator hahaha so also anklicken dann kommt der brand den täter ausschnüffeln dann bekommen wir jetzt hier das gold und die quest ist beendet guck mal wir kommen hier so jetzt gildenruf kann man ja mal rinklicken ultimate sacrifice bonis man hier tausende von bonis gildenruf gibt es jetzt ja also da hat sich jetzt hier einiges geändert man bekommt wahrscheinlich auch mehr erfahrung man bekommt mehr reihtempo auf ex mobile banking schneller als der tod gildenpost gibt es jetzt happy hour auf ex das glaube ich jetzt alles neu gekommen ja wir müssen damit leben was jetzt alles da ist oder nicht da ist schaltet gerne wieder ein und dann sehen wir uns bis zum nächsten mal tschaui bis zum nächsten mal